Hi, ich bin vielleicht die, die auf deiner For You-Page aufkommt, wenn sie ihrem Pferd die PR vorbeibringt. Ich bin vielleicht aber auch die, die ihr Pferd vermöbelt, weil es beim Verladen wieder runtergehen möchte. Vielleicht bin ich aber auch die, die sich überschlagen hat mit ihrem Pferd. Vielleicht bin ich aber auch die auf deiner For You-Page, die ihrem Pferd das Steigen beigebracht hat, obwohl sie schon vorher gestiegen ist. Also hi, das bin ich. Das bin auch ich. Und sogar das. Aber vielleicht bin ich auch die, die mittlerweile Showauftritte mit ihrem Pferd macht. Vielleicht auch die, die zeigt, wie viel Vertrauen man mit einem Pferd gewinnen kann. Verlaufendem Publikum sich flach abzulegen. Das erste Mal vor Publikum, freihändig und nur über Halsring zu reiten. Das erste Mal vor Publikum, eine Piaffe zu zeigen, obwohl diese noch gar nicht ausgereift ist, aber er hat es trotzdem gemacht und ich war super stolz. Ich bin die, die weiß, wo ihre Pferde herkommen. Ich bin die, die weiß, was sie aus ihren Pferden gemacht hat und das Stolz auch mit der Welt teilen möchte. Also hi, ich bin es.